Hit Radio RTL Mirkos Abnehm-Test Stufe 2. Wir sind heute im Medical Beauty Center in Dresden und heute geht es mit Ultraschall den kleinen Fettzellen an den Kragen bzw. an die Hülle, oder? Ne, mir sitzt Heike Kluge, hallo. Hallo. Heute versuchen wir es mit Ultraschall ein bisschen abnehmen. Ich bin jetzt noch nicht ganz angstbefreit. Wie funktioniert es? Wir gehen jetzt in die Umkleide. Sie entkleiden sich an dieser Stelle. Wir messen, wir wiegen sie, wir machen eine Bioimbedanzmessung, um ihre Körperkompartimenten festzustellen. Kann ich das Wort nochmal hören? Körperkompartimenten, das ist die Zusammensetzung ihres Körpers, fettfreie Masse, Fett, Körperwasser und diverse andere Sachen. Abtropf, Gewicht, Gewicht ohne Knochen. Genau. Und dann starten wir mit der Behandlung. Und tut es weh? Nein. Definitiv. So, wir gehen jetzt in die Umkleide und ihr bleibt draußen. Der Sommer 2013 anträgt wieder blau. So, bevor es richtig losgeht, wollen wir die Wampel nochmal messen. Ist ja nicht viel. 101,7 für die Nachwelt. Also ein 101,7, 106 Zentimeter Bauch. Ist ja nicht viel. Und wie viel geht da jetzt weg ungefähr? Ja, ich hoffe, dass wir 1 Zentimeter schaffen. Wenn es mehr ist, wollen wir uns. Okay. So, einmal ganz entspannt, dass die Rücken hoch ist. So, also das, was jetzt hier gerade gemacht wird, ist nicht ganz jugendfrei. Deswegen sparen wir euch diese Bilder. Zurzeit werden die Lymphknoten geöffnet. Und, naja, es ist ein angenehmes, leichtes Saugen. Ich habe ja gesagt, das sind keine Bilder von der Öffentlichkeit. Mirko, alles gut? Ja, wunderbar. Wie fühlt es sich an? Warm, stellenweise fast ein bisschen heiß, aber... ...absträglich. So, die halbe Stunde Ultraschall ist vorbei. Wohin wir gucken, was uns was gebracht hat. Was sagen Sie? Ja, wir schauen mal. Also ich habe jetzt hier 99 und wenn ich es mal wacke mache, dann 99,5. Wir sind ja schon mehr als ein Zentimeter drunter. Das ist ja auch ein super Ergebnis, also Ihr Stoffwechsel scheint nicht zu funktionieren. Das ist ja auch ein super Körper. Der Stoffwechsel ist in Ordnung. Alles gut? So, und hier unten hatten wir 106 und sind jetzt bei 104,5. Perfekt. So schön, da habe ich es mir gar nicht vorgestellt, aber ich freue mich. Junger Mann, junger Stoffwechsel. Alles in Ordnung. Junger Körper. So, jetzt sind wir bei der Lymphdrainage, richtig? Und da soll ich mir erst mal eine Hose anziehen. Ich weiß nicht, für welches Modell Mensch die gemacht wurde. Mir ist sie ein bisschen zu groß, aber ich ziehe sie trotzdem an. Wir haben jetzt versucht, ein paar Fettzellen kaputt zu machen. Dieses verflüssigte Fett muss natürlich genauso verstoffwechselt werden, wie jedes andere Fett aus der Nahrung. Und um das zu unterstützen, machen wir jetzt diese mechanische Lymphdrainage. Dabei erhöhen wir den Lymphdruck an den Vierkörpers, damit einfach das ein bisschen schneller geht. Dann rasche dich mal ran. Oh, danke schön. Abnehmen ist ganz schön Stress. So, wir sind durch hier im Medical Beauty Center in Dresden bei Heike Kluge. Anderthalb Stunden schwere Behandlung liegen hinter uns. Super schlank, spitze. Das Ergebnis ist sehr gut. Also für die kurze Zeit zeigt mir, dass ihr Stoffwechsel voll in Ordnung ist. Was mich übrigens auch verwundert, dass ich wirklich nur wie viel Prozent, 18 Prozent Körperfett habe? Ja, war was über 18 Prozent. Voll in der Norm. Ein bisschen zu viel Körperwasser. Aber ich denke, das kann schon mit dem Salzkonsum zusammenhängen. Also weniger Salz essen, Brennnesseltee trinken, viel trinken, weniger Kaffee, mehr Wasser. Meine Empfehlung. Ansonsten kann man nur sagen, rein vom Abnehmen her, ein nettes Gefühl. Es ist nicht anstrengend. Es lässt den Körper auch mal ein bisschen verschnaufen. Und ich finde, es ist sehr entspannt. Für mich nicht, aber wenn die Kunden das so sagen, freue ich mich. Da hat doch jeder was davon. Held Radio RTL